malzeit freunde willkommen zurück bei v36 pargans kontrolle und also langsam geht es voran mit den waffen aber uns fehlen noch einige das heißt ja wir weiter auf die suche nach waffen das nehme ich mit davon habe ich schon was markiert da könnte nämlich doch was sein ich weiß doch nicht was es ist schluchtstatue es ist eine prüfung das möchte ich jetzt nicht alle prüfungen aufgedeckt dann geht es für uns nach da vielleicht finden wir dann aber wir könnten die truhen mitnehmen hier sind ganz schön viele truhen am start genau ich bin auf dem baum gelaufen was stimmt denn nicht mit meiner stadt prüfungen sie ist dreckig ich wollte eigentlich nur die tun haben und nicht gleich hier die prüfung machen ich werde mich wehren ich komme später wäre ja ich komme ich komme nein ich komme später wieder es geht bloß wieder nach hinten los und sterbe ich wieder und dann ist alles scheiße und dann ist mein ganzes geld weg gerade zum anfang brauche ich das geld weil ich ja quasi noch gar nicht starbe der ging glaube ich etwas daneben so was haben wir hier schon das bergschrein scharfschützen gewehr fühle ich jetzt als ich nicht weil benutze ich eh nicht eine hauptstorie habe ich benutzt aber hier fällt das wohl aus und aus nerz gestorben ich habe den kopfschutz gemacht auch weiß und heute laufen geister gegner schrotflinter kollege es geht zu langsam nachweg damit nur zwölf stück sei es zwei noch und er guckt doch mal da ich meine freunde ja ich würde bloß die respekt einsammeln mann so schnell heilen und voll sind weg rum fliegen und wir erhalten eine schrotflinte königliches lösen geht scharf schützengewehr so was haben wir sammeln beutel von musikten gegnern aus größerer anfernung lassen hey und dadurch doch noch so wir brauchen noch sagt das leben wir mit hermit so ach das heißt so gleiche das neuerwehr weil ich auf dem stadt noch nichts hatte haben wir auf mich geschossen ich weiß auch nicht von wo und wo denn wer es bleibt denn hier auf mich hat der fack das ist ja kommen heute liegt noch respekt warum die zweiten respekt darf auch nicht lassen freundlich sagt mit dem respekt so bestimmt die geister die während der prüfung response und dann nach bänden der prüfung gestorben sind das könnte natürlich sein was er ja weil man los mit dem gegner den habe ich nicht kommen sehen oder schon aber zu spät vielleicht mal die monster pistol neu müssen dass ich ein visier habe weil ich die mp habe das ist die eh nicht mehr ich glaube so bitte so dass ich das war der tag hier oder was so haben wir haben wir stirbt und stirbt er ist nicht tot ich glaube du backst du bist nicht einfach nicht weil er in der mauer steht der geist ist tot was mit dem ist er ist die mauer bro respekt kriegt auch nicht oder was macht doch ich würde schon sorgen so hier liegt noch ein herz und zwar luftanheiten ist mir das doch mal mit so freunde jetzt habe ich es auch nicht geschafft hier mehr oder weniger ist alles tot im umkreis die prüfung haben auch geschafft wir haben die sniper alles so schön alles ist butterblume und in diesem sinne macht gut bis zum nächsten mal